Jetzt sitzt da keiner drinnen gleich. Der ist überautomatisiert. Bei den Testfahrten würde ich aber auch keinen reinsetzen. Jetzt kommt es ja von der anderen Seite. Die fällt ja falsch rum, die Signale sind glaube ich andersrum. Hallo. Und die Türen sind sogar offen. Oh John, guck mal. Lauf. Lauf. Geil.